Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Teamkampf Hardcore Heroes gegen Platz der Willkommen auf Server 3. Es ist ein Angriff von unserer Seite aus. Ja, Platz der Willkommen hat nicht eine Trophäe. Das wundert mich gerade, warum wir sie da angreifen. Fünf Trophäen von uns aus gegen null Trophäen von Platz der Willkommen und wir greifen sie an. Irgendwas ist da faul, ich weiß gerade nicht. Vielleicht hat Delphi damit gerechnet, dass sich einige nicht anmelden, wie man hier schon sehen konnte. Auf alle Fälle sieht es bis jetzt noch gut aus für uns. Wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Aber ich glaube auch, sie wollte ein paar riskantere Kämpfe eingehen, aufgrund einer Mut-Trophäe, die wir noch hatten, damit wir diese endlich losbekommen und komplette fünf Trainingstrophäen unser eigen nennen können. Mittlerweile, also heute am 5.9., ich kommentiere das ja alles noch nach, haben wir es wirklich geschafft, fünf Trainingstrophäen unser eigen nennen zu dürfen. Wir haben jetzt 35 Trainingseinheiten, die wir verdaddeln müssen können, was auch immer. Und ja, das macht wirklich riesen Spaß und bringt uns natürlich auch Skilltechnik viel weiter. Martko jetzt hier gegen Nightmare, Nightmare besiegt ihn, also ich glaube, das wird hier ein Verlierer-Lie für uns, leider Gottes. Aber naja, kann man jetzt nicht ändern, vielleicht geht ja die Mut-Trophäe ja weg, wir hoffen es einfach mal. Okay, Cero jetzt hier gegen King Jody am Start. Jetzt Dengur gegen Manolito, der sich nicht für diesen Kampf angemeldet hat und somit uns wieder die Chance gibt, etwas heranzukommen und den Vorsprung von Plaster Willkommen nichtig zu machen. Denn Chillflow außerdem dabei, genauso wie Rise2, der jetzt hier von Chillflow besiegt wird, super. What the fuck ist am Start, dürfte von Dungdum1 hier besiegt werden, sehr gut. Yuppie am Start für Plaster Willkommen, hat ganz schönes Grips-Monster, also ordentlich Grips aufgefüllt. Aber, nun gut, jetzt liegen sie wieder vorn, sogar zwei vorn, also jetzt, das könnte jetzt schon die Entscheidung gewesen sein, der Yuppie, der hier zwei gekillt hat und somit den Vorsprung für Plaster Willkommen ausgebaut hat. Boss jetzt am Start gegen Zocker1998, aber ich glaube, das war die Entscheidung für diesen Teamkampf hier, sollte Plaster Willkommen ihre Melonen aufgeladen haben und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ego ist gegen Kit Kuddel, Delphi besiegt ihn jetzt mit einer Melona, das wird nichts mehr. Ikur, ja, Melonen haben sie nicht aufgeladen, aber trotzdem dürfte das nicht mehr reichen, hier für uns diesen Teamkampf zu gewinnen und so ist es auch. Wir werden den Teamkampf hier verlieren, League ist am Start und, ja, 1040 Ähre verlieren wir und die Mut-Trophäe, na, das ist auch schön, bis später, ciao.